MyRegioTV, das Magazin. 14-tägig erzählen wir die Geschichten der Menschen im Kreis und schauen mit der Kamera natürlich auch hinter die Kulissen. Dies sind die Themen unseres Magazins ab dem 14. März. Wir erhalten im Rahmen der offenen Tür der Krankenpflegeschule in Erkelenz Einblicke in die Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege, erleben bei der dritten Open Stage in der Leonardskapelle, wie versteckte Talente das Publikum von ihrem Können überzeugen und machen einen Abstecher in das Tal der Mühlen zum grenzüberschreitenden Tourismusprojekt zwischen Wegberg und Leudal. Dies alles ab dem 14. März im Magazin bei MyRegioTV.